Willkommen bei Bastelfreak, dem verrückten Bastelkanal auf YouTube. Ja Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Es geht weiter mit den kleinen 10C Fräsen. Ich würde gerne heute die Z-Achse abschließen, weiß ich jetzt nicht, aber zumindest mal anfangen die Z-Achse aufzubauen. Dazu habe ich hier so ein Tütchen voll mit Material und genau, wir schauen uns jetzt erstmal an, was wir alles brauchen und dann legen wir los. So, wir brauchen einmal unsere Schrittmotoren und zwar sind das hier diese kleinen süßen 20mm flachen Schrittmotoren. Nehmen wir mal 17, davon brauchen wir zwei Stück. Dann brauchen wir zwei Brushless Motoren, die werden die Antriebe für die Spindel, für die Frässpindel, die brauchen wir zur Seite. Wir brauchen einiges an kleinen Lager, das sind hier Kugelumlauf-Lager für 6mm Wellen. Dann benötigen wir ein paar Wellen, die habe ich schon zugeflext und geschliffen. Als nächstes brauchen wir die zwei Spindel, diese habe ich auch jeweils schon zugeflext, die sind ja normalerweise länger, 100mm oder 110mm Band und ich habe sie hier auf 60mm gekürzt, weil mehr brauche ich da nicht. Und sonst gibt es auch eine Kollision mit dem Motor, das heißt die beiden sind auch schon vorbereitet, als nächstes brauchen wir das sind Gewindespindel, im Prinzip Schrauben, das wird für die Z-Achse sein, um die hoch und runter zu fahren. Ein paar Kugellager und ein paar Schräubchen. So, und dann jede Menge Kunststoffteile, so viele ist eigentlich auch nett, für jede Z-Achse brauchen wir jeweils ein paar von diesen Teilen. So, hier die Rollen, die sind für die Antriebstechnik, die kleine Rolle kommt an den Waffless-Motor und die größere Rolle kommt an die Spindel dran. Schauen wir uns später nochmal genauer an und das ist die eigentliche Z-Achsen-Schlitten-Dingensbums, was dann letztendlich hier in der Zeitachse hoch und runter fährt. Das Ding werden wir auf jeden Fall gleich auch aufbauen. Hier habe ich einen Träger für den Schrittmotor und eine ganz wichtige Komponente, das ist diese Mutter an sich kann man sagen und zwar ist das für die Z-Achse und dieses Loch hier, da ist ein Gewinde reingeschnitten und zwar kommt das Teil dann hier rein, so hier, wird hier mit zwei Schräubchen festgeschraubt und über die Gewindespindel fährt dann das Ganze hoch und runter, seitlich betrachtet, so hier. Warum habe ich das nicht gedruckt? Ich denke, das ist klar, weil wenn wir ein gedrucktes Teil mit einer Schraube, so einer Gewindeschraube ständig rein, raus fahren, dann zerstören wir irgendwann den Kunststoff. Das hier ist aus POM. POM ist ein sehr gutes Material, lässt sich gut zersparen und hat so eine leicht eigenschmierende Eigenschaft. Wenn man da noch ein bisschen das Ganze fettet, hält das eine Ewigkeit und ist auch sehr gut für diese Applikation geeignet. So, Freunde, dann haben wir hier noch ein paar Kupplungen und genau, dann würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze mal genauer an und legen los. Als erstes würde ich gerne etwas prüfen und zwar den Schrittmotor und die Kupplung. Ich habe die Befürchtung, dass ich konstruktiv einen kleinen Fehler gemacht habe oder halt nicht daran gedacht habe. Ja, deswegen setzen wir mal die Kupplung hier drauf und ziehen die mal locker an und dann gucken wir uns hier diesen Träger an. Der Träger hat hier einen Absatz, damit ich den Motor exakter draufsetzen kann. So, und genau da ist das Problem. Ja, ich kann das Ganze jetzt nicht hier draufsetzen, weil die Kupplung vom Durchmesser her so groß ist, dass sich hier diesen Rand berührt. Das bedeutet, das habe ich schon befürchtet, gucken wir mal, wie viel das ist. Ich habe jetzt die Kupplung hier oben einfach mal hier drauf gesetzt, den Motor eingesetzt und dann zeichnen wir das mal hier an. Ja, genau, okay. Also, wir sehen, dass so viel im Prinzip im Weg steht. Jetzt haben wir aber das Problem, dass wir nicht nur hier ein bisschen zu viel Material haben, sondern das gilt auch hierfür und das durchgehend. Das heißt, ich hätte hier quasi ja noch ein Stück rausnehmen müssen, vielleicht eine Abrundung. Das sind ungefähr ein Millimeter, die zu viel sind. So, aber ich möchte jetzt ungern diese Achse wieder ausbauen und bearbeiten, den Kunststoff. Aus diesem Grund werde ich Folgendes machen. Ich werde die Kupplung in der Drehbank einspannen und einfach ungefähr 1 bis 1,5 Millimeter abtragen und das Ganze dann plan drehen. Jetzt muss ich halt schauen, die Kupplung ist so aufgebaut, dass wir eine Seite 5 Millimeter haben und auf der anderen Seite 6 Millimeter. 5 Millimeter hier für den Schrittmotor und 6 Millimeter ist die Spindel. Dadurch kann es natürlich passieren, dass ich auch an der Madenschraube etwas abdrehen muss. Daher, damit das auch sauber funktioniert, habe ich mir Folgendes überlegt. Ich habe hier solche Passstifte. Ja, das sind so genormte Stifte. Hier einmal 5 Millimeter und einmal hier 6 Millimeter. Also Bolzen sind das. Und damit ich das auch sauber einspannen kann in der Drehbank, werde ich das Ganze hier mit so einem Passstift oder Passbolzen machen. Das heißt, ich setze das hier rein, schraube das fest und zwar nehme ich die 6 Millimeter Seite. Und werde das dann so hier in der Drehbank einspannen und dann abdrehen. Ich werde dann wahrscheinlich auch die Madenschraube hier mit abdrehen müssen, weil die ist ziemlich bündig hier mit der oberen Kante. Und die anderen Madenschrauben, die werde ich so weit, es geht, reinschrauben. Ich werde mir hier so einen weiteren Stift nehmen. Der hat auch 5 Millimeter. Den setze ich dann hier rein. So hier. Und schraube das Ding auch fest mit den Madenschrauben. Dann sind die Madenschrauben nämlich so tief, wie es halt notwendig ist für 5 Millimeter. Und ja, das sind etwa 1 Millimeter, die ich dann jetzt abtragen muss. Das heißt, wenn ich hier 1 Millimeter abtrage, dann müsste alles passen. Und so werde ich jetzt die beiden Kupplungen erstmal bearbeiten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja Freunde, es gab jetzt noch ein paar kleine Komplikationen. Also ich habe die Teile jetzt runter gedreht an der Drehbank. Die passen jetzt auch vom Durchmesser her. Allerdings musste ich gerade feststellen, dass ich die Schrauben, also für die Spindel, zu kurz gewählt habe. Warum sind die zu kurz oder woran habe ich das gemerkt? Das zeige ich euch jetzt. Und zwar habe ich mal provisorisch den Motor, den Schrittmotor hier mal eingesetzt und hatte auch mal hier die Schraube, die jetzt letztendlich wie gesagt als Spindel dient, hier unten rüber geschoben. Und habe dann gemerkt, okay, jetzt habe ich ein kleines Problemchen. Und zwar an dieser Stelle ist die Schraube etwas zu kurz und ich kann sie halt nicht mit der Madenschraube anziehen. Wie ist dieses Problem zustande gekommen? Im Grunde auch gar nicht so schwierig zu erklären. Diese Kupplungen, die ich gekauft habe, ich hatte nicht bedacht, dass die Feststellschrauben, also die Madenschrauben, dass die vielleicht etwas zu hoch sind. Und das ist auch der Fall. Ich habe einfach nicht daran gedacht. Ich habe da irgendwie die ganze Zeit im Kopf, dass die weiter unten sind und dann wäre die Sache auch erledigt gewesen. Also habe ich mir überlegt, okay, was mache ich? Besorge ich neue Kupplungen oder baue ich mir selber eine Kupplung? Ja, was ist jetzt die Lösung am Ende des Tages? Diese Schraube hat 70 Millimeter Länge und ja, die Lösung ist eine Schraube mit 80 Millimeter Länge. Ich war jetzt extra einkaufen, habe diese Schraube hier, ein paar von diesen Schrauben hier gekauft. Das heißt, die werden wir jetzt einsetzen und diese hier passt dann auch wunderbar hier rein. Die ist sogar einen kleinen Ticken zu lang, also so ein, zwei Millimeter werde ich die noch schleifen, runterschleifen. Aber sonst passt sie hier einwandfrei rein und dann können wir auch diese auch einsetzen. Was ich auf jeden Fall machen werde, ist den Kopf von der Sechskantschraube, das werde ich abdrehen. Den werde ich flacher machen, damit hier unten, wo der Durchsatz ist, kein großer Huppel entsteht und den brauche ich ja sowieso nicht. Daher werde ich den wahrscheinlich mit der Drehbank auch abdrehen und dann hier noch ein bisschen flacher machen, dass der nicht zu hoch aufbaut. Ja, Freunde, solche Rückschläge gehören halt auch mal dazu, das ist Entwicklung. Man kann die Planung natürlich bis ins Unermessliche treiben, aber am Ende des Tages muss man irgendwo auch Abspräche machen, beziehungsweise auch mal entscheiden, eine Entscheidung treffen, okay, bis hierhin und alles andere sehen wir dann. Und das ist dann in der Regel so, dass wenn man anfängt, dann etwas aufzubauen, was man vorher entwickelt hat, konstruiert hat, dass dann eigentlich so die Probleme quasi ja auffallen. Das heißt, ich werde diese Kleinigkeiten auf jeden Fall nochmal in der Konstruktion anpassen, diese Mulde ein bisschen vergrößern, dass die Kupplung, die man standardmäßig kauft, dann auch reinpasst. So muss man nicht jede Kupplung hier bearbeiten, das ist jetzt eine Ausnahme. Und auch das mit der Spindel zum Beispiel, dass die auch lang genug ist, das werde ich auf jeden Fall noch mit einplanen. Gut, ich fange jetzt an, den Kram zusammenzubauen, also die Achsen zusammenzubauen und hoffe, dass es keine weiteren Überraschungen gibt. Ich denke, das machen wir eben wie immer im Zeitraffer, dass ihr euch auch nicht zu sehr langweilt. Also Freunde, bleibt auf jeden Fall dran! Bis zum nächsten Mal! 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 Bis zum nächsten Mal!